hallo ihr lieben und willkommen zurück hier bei waldschrad liest ich habe es geschafft mit meinem monatsrückblick und den april durch drei geteilt und ich fand es hat ganz gut funktioniert deswegen würde ich das jetzt für den mai auch beibehalten und heute ihr seht es hier es ist der zwölfte fünfte dementsprechend drehe ich jetzt den monatsrückblick teil 1 für mai sprich tag 1 bis 10 was ich in dieser zeit gelesen habe und was ich davon gehalten habe ich beginne mit einem kinderbuch was ich auch schon rezensiert habe ich auf dem kanal und zwar das wilde mai und irgendwo insel von vanessa walter ein ganz tolles buch habe ich mit 55 stern bewertet hat 192 seiten und es geht um ham das ist das wilde mai und seine suche nach einer bestimmten insel ein bisschen traurig sehr humorvoll sehr liebevoll und einfach ein ganz wundervolles kinderbuch beziehungsweise die ganze reihe kann ich jedem nur empfehlen buch nummer zwei ist ein ebook das habe ich mir nämlich mal kostenlos runtergeladen bei den kindle classics die machen ja diese klassiker meistens kostenlos und zwar das dschungelbuch unter anderem auch weil das ja jetzt verfilmt wurde und dieses jahr ins kino kommt bilde ich mir ein und es kennt bestimmt jeder die geschichte von mogli und balu den bär und bagheera dem panther in diesem dschungelbuch ist das nur eine geschichte insgesamt gibt es mehrere und immer mal so gesänge sind ein bisschen merkwürdig aufgebaut also übrigens auch schon 100 oder 150 ich glaube das wort ist 1890 geschrieben ist auf jeden fall schon älter und es ist ein anderer schreibstil es ist gewöhnungsbedürftig und man hat natürlich die geschichte von mogli und wie er unter den wölfen aufwächst aber man hat auch eine robbe die eine weiße robbe die neue ein neues erholungsgebiet für seine mit robben sucht sprich fernab von den robben fängern und man hat auch einige andere tiere die noch eine rolle spielen ein mongo zum beispiel ja hat mir mittelmäßig gefallen und ich habe insgesamt drei von fünf stammen vergeben das büchlein hat 148 seiten wie gesagt ein bisschen gewöhnungsbedürftig die das eigentliche dschungelbuch hat mir gut gefallen aber die anderen geschichten waren zum teil ein bisschen seltsam gut dann habe ich ein erotik büchlein gelesen und zwar von lucy palmer das ist ja eins der pseudonyme von in kalorien minden und zwar mach mich scharf ich finde also die blue panda box hat manchmal titel die sind einfach zum weglaufen aber dadurch dass ich die autoren kenne versuche ich relativ viel von ihr zu lesen die schreibt ja unglaublich viel allerdings ist das buch schon ein bisschen älter und zwar von 208 und ich finde in den letzten acht jahren hat sich in kalorien minden unglaublich gesteigert also diese erotischen geschichten hier die sind noch nicht so ganz ausgereift wiederholen sich zum teil also das setting ist immer unterschiedlich dafür hat sie ja schon immer ein händchen gehabt aber die eigentlichen erotischen sehen die wiederholen sich relativ oft auch das vokabular und da finde ich jetzt einen relativ großen sprung bis jetzt gemacht deswegen es hat 192 seiten und ich habe drei von fünf sternen bewertet also es war so geht besser so dann noch ein erotik büchlein ich habe schon im letzten monats rückblick jetzt ist es weg hier vom trapteam geredet von jewel soncruz das ist jetzt der zweite teil der erste hieß gebändigt der zweite heißt bestraft es geht um eine frau also es geht immer um frauen die dieses trapteam buchen für ein sagen wir mal besonderes erotisches erlebnis sehr toll geschrieben und man hat halt ein bisschen eine andere erotik also nicht dieses übliche männlein trifft weiblein und irgendwann verlieben sie sich dann haben sie miteinander sex sondern es ist natürlich ein bisschen außergewöhnlich dadurch dass besondere bedürfnisse gebucht werden können sehr schön gemacht hat 82 seiten und ich habe fünf von fünf sternen vergeben und ich warte jetzt auch schon sehr ungeduldig auf das dritte büchlein aus der Reihe kommt aber glaube ich erst anfang juni gut dann habe ich wieder ein kinderbuch gelesen als ihr seht meine genre sind vollkommen unterschiedlich und zwar ghost sitter geister geerbt von tommy krabbeis ich glaube das ist auch der der bernd das brot erfunden hat und hier geht es um diesen jungen und der erbt von seinem onkel die geisterbahn und in der geisterbahn gibt es natürlich geister also unter anderem es gibt dieses geister mädchen und es gibt die mumie es gibt den zombie mit seinem hese total süß den vampir und den werwolf sehr witzige geschichte also ich werde jetzt immer gefragt warum ich eigentlich so viele kinderbücher lese es entspannt einfach auch so also genauso wie diese erotik geschichten fürchterlich entspannen weil sie halt relativ schnell erzählt sind und man sein gehirn nicht so anstrengen muss manchmal möchte man das gehirn ja auch mal erholen und mit kinderbüchern gibt es auch viel humor eben kein erotik logischerweise aber dafür viel humor und auch süße charaktere wie das häschen wo ist es das häschen so süß odor heißt es da habe ich allerdings vergeben 4 von 5 Sternen es hat 256 seiten die 4 Sterne weil ich der meinung bin dass einfach vieles offen gelassen wurde also klar es gibt noch mehrere teile und für Kinder ist das fürchterlich interessant und spannend aber als erwachsener hätte man manchmal so eine erklärung mehr ja wenn man so denkt hä wie geht das jetzt kann mir das jemand genauer erklären natürlich habe ich auch die fantasie um mir das vorzustellen aber es gab eben mehrere Situationen wo ich dachte hm da fehlt noch ein bisschen was deswegen 4 von 5 dann habe ich wieder ein erotik Büchlein wobei ich sagen muss sowohl dieses mach mich scharf fürchterlicher Titel als auch love trip sind ähm kurz geschichten also keine richtigen Romane und deswegen ich habe jeden Tag immer mal so ein oder zwei kurzgeschichten gelesen also diesmal inka loreen minden im original und ähm hier geht es um ein Karibik Kreuzschiff und auf diesem Kreuzschiff gibt es eben verschiedene äh Storys ist ein ganz schönes Setting manchmal hat man halt einen Strand und manchmal hat man halt dieses dieses Schiff an sich ähm sehr schön gemacht die Geschichten sind auch wesentlich besser das Büchlein ist einfach auch ähm ähm also es ist neu verlegt und überarbeitet von 2015 und dann merkt man auf jeden Fall schon ähm dass die Geschichten besser sind auch besser erzählt ähm ich habe vergeben 4 von 5 Sternen waren 320 Seiten jetzt haben wir noch ein bisschen Luft nach oben also ich lese inka loreen minden unglaublich gern aber ich stelle relativ oft fest dass sie noch Luft nach oben hat also da geht noch ein bisschen mehr so dann habe ich gelesen ein Büchlein dann kann ich euch nicht das also ich lese es auf meinem Kindle Piperwhite und der hat kein äh der ist nicht farbig und ich zeige euch das immer auf dem Kindle Fire äh in Farb den habe ich aber zum zum Gucken von von Serien und äh aus irgendwelchen Gründen kann ich dieses Buch nicht anzeigen also immer wenn ich es in meiner Bibliothek anzeigen möchte kommt dann eine Fehlermeldung deswegen zeige ich euch äh äh das Cover jetzt auf der Chaosen Verlagsseite ist ein bisschen blöd aber mein Gott also Chaos Kuss von Theresa Sporrer diese Autorin ist einigen schon bekannt sie hat so eine Rockstar Reihe das schreiben jetzt alle über Rockstars und äh deswegen ich war in einer Leserrunde mit anderen Lesern und die fanden die Rockstar Reihe schon unglaublich toll und die kannten die Autorin und ich eben nicht und ähm dies ist aber ein ich sag mal ein Jugendbuch und es geht um Hexen Dämonen Vampire ägyptische Götter und das hat mich eigentlich ziemlich angesprochen und wir haben eine Hexe die für einige andere Wesen verantwortlich ist und da passiert ein Mordfall und stellt sie die äh lernt sie noch ihren Vater kennen den sie vorher nicht äh äh und auch ein großes Geheimnis und so weiter ähm hat mich leider ziemlich enttäuscht weil diese Grundgeschichte Hexe Dämonen ägyptische Götterwelt die fand ich sehr toll aber ich mochte diese ähm May die May überhaupt nicht sie war recht zickig und ähm hat auch ständig jeden als Arschloch bezeichnet egal ob er es verdient hat oder nicht und sie verliebt sich in einen Typen der natürlich tatsächlich ein Arschloch ist und sowas kann sie dann noch nicht nachvollziehen also nicht äh kein sexy Arschloch sondern ein Arschloch Arschloch ein Idiot war ein Idiot und äh sie fand ihn halt total toll und ich konnte das nicht nachvollziehen und so in der Mitte des Buches so von einem Moment auf den anderen war ja plötzlich kein Arschloch weil ansonsten funktioniert die Love Story ja gar nicht aber dachte ich mir hä welches Licht schien ihm plötzlich in den Kopf dass er sein ganzes Verhalten geändert hat naja und dann fand ich diese diese Zicke jetzt auch nicht so sympathisch also gute Grundgeschichte aber ich habe nur vergeben 3,5 von 5 Sternen ah diese Protagonistin einfach ja 310 Seiten 3,99 habt ihr ja gesehen äh ist vom Impress das ist ähm die E-Book Auskopplung vom Karzen Verlag und die gibt es nur als E-Books also ähm ich glaube 3,99 kosten alle dort so und das letzte Buch ja es sind tatsächlich wieder 8 in 10 Tagen ist dieser unglaublich lange Titel die wundersame äh Geschichte von September die sich ein Schiff baute und das Feenland umsegelte so sieht es aus ähm hab ich euch glaube ich bei meinen Neuzugängen schon gezeigt allerdings ist es wieder noch nicht hochgeladen aber es wird hochgeladen sein bevor ich dieses hochladen ist eine äh Geschichte es geht um September und die wird von einem grünen Wind entführt in das Feenland und dort sind natürlich auch einige Wesen ähm die Hilfe brauchen weil es gibt dort eine böse Königin die alle unterdrückt das erinnert so ein bisschen an Alice im Wunderland und ein bisschen an Zauberer der äh Smaragdstadt weil sie halt durch dieses Land läuft und immer mehr Wesen kennenlernt die sie irgendwie ich sag mal mitnimmt und denen auch irgendwie hilft ähm sehr sehr niedlich manchmal auch ein bisschen skurril und manchmal völlig wörr als ob der verrückte Ruhe Utmacher diese Geschichte erzählt hatte ich hab 4,55 Sternen vergeben weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat dieses Buch zu lesen es hat 312 Seiten ähm aber es gab immer mal so Situationen die ich zu verrückt fand also ich hab gedacht what? ja ähm aber trotzdem sehr schön es ist kein so zwischen Kinder und Jugendbuch ja also hier würde ich eher sagen das können so 10-12 Jahrige lesen beide und das ist ja so 13-15 ja auf jeden Fall auch ein auch ein sehr schönes Büchlein ein verrücktes Büchlein und eine schöne Abenteuerreise hat mich sehr gefreut also insgesamt war der Monatsrückblick relativ erfreulich und es waren 1812 Seiten wieder mordsmäßig wie mein erster Abschnitt im April hätte ich gar nicht gedacht dass ich diesen diesen Flow so beibehalten kann jetzt im Mai aber wir haben jetzt schon den 12. und zur Zeit sieht es eher schlecht aus also ich glaube so Abschnitt 2 Tag 11 bis 20 wird ein bisschen weniger gut aussehen vor allem weil ich jetzt über Pfingsten auch ständig unterwegs bin und Freunde besuche wie sich das gehört ja aber ansonsten super gelaufen und freut mich ich glaube auch dass dieses Film mich motiviert also ich habe jetzt gemerkt ich habe es in meinem letzten Rückblick 3.3 von April schon erwähnt ich saß dann am 10. da und dachte mir du hast zwei Bücher die waren fast gelesen also der Chaos Kuss und eben die September und wenn du dich jetzt heute Abend noch hinsetzt und halt nicht irgendwie gammelst sondern das liest dann hast du wieder 8 Bücher für den ersten Monatsrückblick und das motiviert mich ungemein aber ich weiß nicht ob lesen so eine Challenge sein soll also ob das langfristig gesund ist werde ich schauen so jetzt wisst ihr erstmal Bescheid ich habe jetzt noch zwei Videos zum hochladen die vor diesem Video kommen und zwar meine Neuzugänge für April und den Monatsrückblick 3.3 für April also ihr seht ich habe es am 12. gefilmt aber es wird wahrscheinlich erst so innerhalb der nächsten 6-10 Tage hochgeladen damit ihr euch nicht wundert aber ich glaube wenn ich drei Videos an einem Tag hochlade fühlt ihr euch eher genervt als wenn ich alle 2-3 Tage eins hochlade deswegen die Entscheidung dass ihr euch nicht wundert gut dann verabschiede ich mich erstmal für euch ich muss jetzt in die Schule ich fange heute ein bisschen später an manchmal ganz schön manchmal ist Lehrer sein auch schön gut ansonsten wünsche ich euch schöne Pfingsten oder ich hoffe ihr hattet schöne Pfingsten und wir sehen uns im nächsten Video Ciao Ciao und wir sehen uns im nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video